... sondern als die einzige Partei, deren Wahlergebnis ein Zuwachs an Vertrauen ausdrückt. Ich habe die FDP wissen lassen, dass wir zu Gesprächen mit ihr bereit sind. Ich freue mich über das Ergebnis dieser Wahl. Ich hatte in fast 500 Wahlkundgebungen das Gefühl bekommen, dass die Wahl etwa so ausgehen würde, wie es nun gekommen ist. Ich habe immer damit gerechnet, dass die Sozialdemokratische Partei, weil sie in der Regierung war und in der Regierung gute Arbeit geleistet hat, an Stimmen gewinnen würde. Vielen Dank.